Ja, herzlich willkommen zurück bei The Universe. Mein Name ist Dilex und wir haben in der letzten Folge ein bisschen die Grundlagen für unsere Zivilisation gelegt, die jetzt so aussieht. Und der Vorteil ist daran, dass wir neu anfangen mussten, was ihr gar nicht mitbekommen habt, dass die Landschaft hier viel schöner ist. Aber im letzten Spiel war das nämlich so, dass der Fluss, also wenn man jetzt von der Seite guckt, hat von der Höhe her ungefähr hier das Land angefangen. Also da war so ein Huckel und dann ging da das Land lang zum Wasser und das sah echt kacke aus. Aber es war halt die beste Position, die man hätte haben können in dieser Map. Ja gut. So und wir assignen jetzt mal einen Engineer. Und wie gesagt, das macht Sinn, da jemanden zu nehmen, der schon Adult ist. Das heißt, vielleicht wird er ja unser Engineer. Ne, das ist Edu. Edu ist die Frau von Adahi, das weiß ich. Vielleicht wird er ja unser Engineer. Ist er das? Tjuga! So, Tjuga wird jetzt unser Engineer. Äh, der da. Und der wird also dafür zuständig sein, quasi Gebäude zu bauen, wenn Materialien dafür da sind und Gebäude zu reparieren vor allen Dingen. Und wir haben jetzt auch die Farm erforscht. Und wie man sich vorstellen kann, ist das recht wichtig. Oh Gott, ist das Ding groß. Weil Nahrung ist halt in der Regel wichtig. So, wir setzen die Farm mal hier unten hin irgendwie. Weil dann kann da so ein Weg hin entstehen. Und ich glaube, das könnte ganz schön aussehen. So. Und dieser Koch, ähm, da wird noch eine Hütte gebaut. Dieser Koch, kocht dann quasi die, äh, die Rohmaterialien des Dorfes. Und macht daraus bessere Materialien, äh, bessere Nahrung. Und die machen die Leute länger satt. Das ist gut, das wollen wir. Und schaut euch mal bitte an, wie schön dieses Haus hier aussieht wie diesem Flatterband. Und da ist unser Ingenieur. Und der ist jetzt dabei zu reparieren. Vielmehr macht er auch nicht den ganzen langen Tag. Bis natürlich das Lagerhaus fertig ist und wir da Ressourcen haben. Und der Winter naht. Beziehungsweise der Winter ist schon da. Problematisch ist, im Winter wird, friert der See zu. Das heißt, fischen wird dann schwierig. Aber die Farm kann dann auch nicht mehr produzieren. Aber das Problem an der Fischerei ist, das ist halt nicht überragend nachhaltig. Weil irgendwann sind die Fische halt weg. Und deswegen bin ich eigentlich ein Fan davon... Huch, wie viel Wasser der zieht. Deswegen bin ich eigentlich ein Fan davon, diese Farm zu bauen. Zumindest nicht das im letzten Spiel geworden. Und ich glaube, jetzt können wir mal die effektiv Gebrauch von Telekinese machen, oder? Jetzt da... Geht das nicht so? Steine hochheben? Ich wollte jetzt eigentlich hier Steine hochheben. So als Gott. Wie ging das denn? Den Baum kann ich ausreißen. Den will ich aber nicht. Floop. Okay, diese Steine kann ich ja mal nicht hochheben. Ist ja auch nicht weiter schlimm. The cooking research is dann entweder being implemented. Gut. So, dann mache ich als nächstes mal diese Lagerhalle. Und dann das da, damit der Brunnen mehr Kapazität hat. Das Problem ist, ich weiß jetzt natürlich schon am Anfang ein bisschen, was wir für Sachen machen. Aber ich sage es mal so, das lässt relativ schnell wieder nach. Das Wissen, wie man Sachen macht. Gut, die neue Steinhütte wurde gebaut. Das heißt, wir können diese beiden Leute auch wieder an die Arbeit schicken, quasi. Und das mache ich auch gleich mal. Und zwar baue ich jetzt hier diese Eatery. Wie gesagt, die ist ziemlich wichtig. Und die baue ich einfach mal. Kann ich die so machen? Dass da dann der Weg hinführt, quasi. Da geht die nämlich so einen Weg lang dahin und da. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und ich habe auch letztes Mal gedacht, ich müsste unbedingt ein Krankenhaus haben, um die Leute zu heilen. Wenn die was haben, weil die brechen sich schon mal was. Aber ich glaube... Give the gift of love. Achso, damit kann man... Was bringt das? Was macht der jetzt? Achso, ich kann ihn jetzt mit irgendwem verbinden. Mit dir da zum Beispiel. Ach, und das gehen die lieber machen. Das wusste ich nicht. Das ist praktisch. Chuga und Kelgy. Das ist praktisch. Weil so kann ich dafür sorgen, dass die Leute sich selber reproduzieren. Und dass die Leute halt sich reproduzieren. Das ist wirklich praktisch. Wenn ich das im letzten Spiel mal gewusst hätte, dann wäre das viel einfacher gewesen. Was ich eigentlich meinen wollte... Damit können wir Leute heilen. Und damit arbeiten die wieder weiter. Arbeite! Das ist praktisch. Ach man. Das sind so Sachen, wenn ich die im letzten Spiel gewusst hätte, wäre wahrscheinlich vieles einfacher gegangen. Damit können wir Leute glücklich machen. Werd glücklich! Ah, wie cool. Okay. Gut, wieder was gelernt. Oh, jetzt habe ich aber keine Dingsie mehr. Aber wir sind ja auch hier, um was zu lernen. Brand new Nuggets. Leute wurden geboren. Wir sind ja hier, um was zu lernen. Und das haben wir auch wieder in diesem Spiel was Neues entdeckt. Das finde ich sehr schön. Und ich glaube, dieses... Dieser Kreis hier fungiert irgendwie so als Dorfzentrum. Zumindest wird da irgendwie alles mögliche hingebappt. Was gerade so über ist. Ach, wie cool! Die Leute können sich auf unser Geheiß hin quasi reproduzieren. Das wusste ich nicht. Das ist cool. Wir haben quasi die Macht, Leute zum Sex zu überreden. Wenn ich das so formuliere, klingt das irgendwie ganz furchtbar falsch. Und es ist Winter in unserem Dorf. Und huch! Chuga könnte... Äh, Chuga? Glücklich! Werd glücklich! Ich glaube, er ist glücklich. Ich weiß es nicht. Habe ich ihn glücklich gemacht? Ich habe nicht die ganze Ahnung. Auf jeden Fall können wir auch später Schulen bauen. Das habe ich auch noch bekommen. Und zwar können wir dann in der Schule die Leute... Wir sehen ja jetzt hier quasi, das sind alles Entchen. Und da können wir denen dann dieses Buch hin machen. Dann sind die... Dann haben die eine Grundbildung quasi erlebt. Und sind dann, glaube ich, besser. Und vor allem sind die für... Manche Jobs besser geeignet. Weil zum Beispiel beim Engineer... Hat man ja eben dann da gesehen, war da dieses Buch und das Endline. Und das Buch zeigt dann quasi an, dass an dieser Stelle ausgebildete Arbeitskräfte sinnvoller wären. Genau. Und diese Baustelle hier ist auch gleichfertig. Und der Ingenieur wundert sich, was soll das denn, dass hier diese Baugerüste überall hochgezogen werden. Wobei da außenrum gar nichts gebaut wird und im Prinzip nur dieses Haus da steht. Aber er nimmt das einfach mal hin. So, und wir stellen wieder irgendjemanden ein, der schon in einem Haus wohnt. Und zwar... Du. Bist du das? Uhu. Genau. Uhu, die hat nämlich schon ein Kind. Also im Prinzip alle, die ein Kind haben, können arbeiten. So. Uhu. Viel Spaß. So. Uhu wird jetzt unsere neue Farmerin. Und wir müssen jetzt noch einen Crop aussuchen. Und da das hier Grasland ist, haben wir im Prinzip die Wahl. Also wir können Früchte und Herbs machen. Also müssen wir essen und Herbs. Genau, Herbs. Ach ja, genau. So, ähm. Kräuter halt. Relativ praktisch im Krankenhaus. Der braucht die nämlich, aber sonst sammelt er die selber. Und hier steht jetzt quasi, in welchem Biom wir diese Pflanzen anpflanzen können. Und hier steht dann eben auch, wie lange die brauchen, wie viel Essen die bringen und wie viel Wasser die brauchen. Ähm. Genau, die gehen relativ schnell. Und die, die Blutdurchfallfrucht, ähm, braucht sechs Minuten. Bringt aber auch nur zwölf Essen. Ich glaube, ich mache aber trotzdem erstmal die, die Blutdurchfallfrucht. Long Season. Ja, dann sollst du die halt im Winter machen. So, das ist jetzt unsere Farm. Ich finde die auch einfach unglaublich schön. Mit dieser kleinen Tränke da und diesen Steinchen und dem Haus. Und diesen kleinen Reihen. Ah, ich komme mich in dieses Spiel echt, also ich habe mich, also, ich habe mich echt in dieses Spiel ein bisschen verliebt. Muss ich ja wirklich ganz ehrlich zugeben. So, hast du schon irgendeinen Job? Äh, Shaho. Genau. Shaho arbeitet jetzt in der Eatery. Du. Also, ich habe mich in dieses Spiel echt ein bisschen verliebt. Aber, ich glaube, das kann man verstehen, wenn man sich das anguckt. Und wenn ich mir jetzt hier auch die Eatery angucke zum Beispiel. Man sieht jetzt, da steht das ganze rohe Essen. Wir können da mal draufklicken. Huch, speichern. Fünf rohe Essen steht da jetzt. Ähm. Der destilliert auch quasi Wasser. Also, der bereitet Wasser auf. Da haben wir jetzt eins von. Und fünf bessere Nahrungsmittel quasi. Wir können uns den mal angucken. Ah, der baut gerade. Da rennt er rum. Jedenfalls ist das die Eatery. Da ist quasi so der kleine Tisch, wo die sitzen und essen. Auch ist ja alles sehr schön rustikal steinzeitlich gehalten. Und das finde ich in diesem Spiel halt auch so wunderschön. Es ist mal nicht so wie Life is Feudal im Mittelalter. Ich glaube, das kostet mehr als eins. Es ist nicht so wie Life is Feudal im Mittelalter. Oder wie zum Beispiel, ähm. City Skylines in der Moderne. Sondern es ist alles. Es fängt in der Steinzeit an. Mit diesem Nichts quasi. Und entwickelt sich dann Irgendwann bis in die Moderne wahrscheinlich hoch. So, wir erforschen jetzt doch mal die Fischerhütte. Und Wellwater Capacity. Das klingt gut. Weil dann werden die Leute von schlechtem Wasser weniger schnell krank. Also wenn die daraus was trinken. Können die nämlich krank werden. Daraus nicht. Und wir sehen jetzt hier, das kocht. Er ist am Arbeiten. Und nochmal diese Detailstufe. Er steht da jetzt wirklich. Schmeckt das ab. Und kocht ein bisschen. Mit dem Löffel. Lalalala. Und jetzt hat er schon mal Wasser destilliert. Zumindest steht er jetzt an so ein Wassergläschen. Und fertige Nahrungsmittel stehen dann da auch bereit. Aber dieses Spiel ist so wunderschön. Und es gibt neue Hütten. Ich glaube diese Sache mit den Laborer freihalten. Und die nicht arbeiten lassen. Könnte eine gute Sache sein. So, und jetzt bauen wir auch mal ein Warehouse. Wo baue ich das denn mal hin? Dass die auch ihre Häuser so dämlich irgendwo hin platzieren müssen. Und dann würde ich das Warehouse glaube ich tatsächlich da oben hin bauen. Weil da wird ja auch Rohstoffe dann reingebracht quasi. Ja oder wir machen das hier unten neben die Farm. So. Irgendwie so. Bitte. Bitte. So. Da kommt jetzt unser Lagerhaus hin. Und so sieht unser Dörfchen bisher aus. Und da haben wir jetzt schon wieder eine neue Hütte gebaut. Also die Bevölkerung boomt. Und so sieht das hier aus alles. Und ich muss schon sagen. Das sieht schon geil aus. Das sieht schon verdammt geil aus. Und ich glaube wir werden mit diesem Spiel noch eine ganze fucking Menge Spaß haben. Zumindest ich auf jeden Fall. Wenn ihr dabei auch mit Spaß haben wollt, dann...